Das Problem ist halt nicht, dass die das machen. Hat die erst mal gelandet auf der anderen Seite. Auf Ende gelockt. Bait support, ja mein. Oh ja. Minigun. Wer will die schon haben? Hier kommen welche. Okay, was wäre deren Plan? Der ist in der Falle gerade einer gestresst, aber zurück gehen. Der ist nur ausgenockt. Alles klar. Und wie das ist, ist es im roten oder hier? Okay, ich sehe die schon. Links einer. Ausgenockt. Zwei. Dass ich auch einfach selber empfehlen kann. Oh mein Gott, die sollen in die Falle rein. Wo läuft einfach noch mal da rein? Einfach Rückenfeuerlinger zugegeben. Ja. Er flüchtet so und läuft einfach genau da rein, wo die Falle... Alter, das liegt doch ein Luthorp. 330. Hör doch da hin. Hör doch da hin. Hör doch da hin. Hör doch da hin. Oh. Lass doch mal was davon gebrauchen kann. Nenn du den Trank. Nenn du den Trank. Nenn du den, äh, Trank. Oh. Machen wir den Erdorf. Ja, komm wir holen den. Läuwe Falle! Wir gehen wieder zurück. Mal Wachstab. Hör doch mal. Äh nee, er zackt jetzt. Jaaa. Rechts die Häuser. Links auf deiner, der gegenüber von dir. Da ist einer an krabbeln. Oh, ich hab den Headshot locker gegeben, alles klar. Warte. Und das die Falle doch noch? Jaaa. Und die Falle hängt. Ja, weil die an der Decke hängt. Als ob die so dumm sind. WTF, wie kann ich den nicht treffen? Oh Gott. Maschinenpistolenkilled hab ich auf jeden Fall dann easy alle geholt. Ich weiß doch eh nicht mal genau, wo du bist, ey. Der Typ ist Denise, kommt nicht mit. WTF, was war mit dem los? Erschieß den. Erschieß ihn direkt, ey. Ich bringe es zu Ende wie ihn ist. Er kam ja gar nicht damit klar. WTF, wie viel hält die aus? Alter, what? Ich hab einen Headshot. WTF, wie viel hält die aus? Der ist mit dem Jumppad. Der ist mit dem Jumppad. Hab ihn. Ich hab ihn auch getroffen in der Luft. Oh mein Gott. Ich darf nicht spawnen. Oh mein Gott. Jetzt bin ich unter der Basin, ich bin runter. Hab gewonnen. Mit einem Kilo, oder? Ja. Der hat doch an der Border gestorben. Ich wusste ja nicht mal, wo der ist. Es hat so übelst gelegt, ne? Ich hab noch 75 AP. Hab ich genockt? Ups. Ist alleine. Hab einen. Okay, der ist nicht alleine. Was? Oh mein Gott. Lass mich den doch treffen. Oh mein Gott. Lass mich den doch treffen. Ja, komm noch rein! Pass auf! Hier, an hier, bei mir, bei mir. Oh mein Gott, ich hab den gesniped. Ich hab gedacht, ich hätte die Shotgun in der Hand. Oh mein Gott, ich hab den letzten Schuss auf den Typen gehört. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Das hat der Shotgun. Oh mein Gott, war der Scheiße. Ich hab keine AR. Oh mein Gott, der ist neben mir. Jetzt hast du mir stark. Ja, aber auch noch Gegner. Geh weg. Mach noch ne Falle. Mach die unten hin. Ja, wahrscheinlich. Wie viel Fall hatte der? Genug. Hinter dir. Würde ich nicht machen. Hör auf damit. Geh ab hinten in den Raum rein. Nicht in den Raum, Alter. Ich hab die auch zu denen weggeworfen. Ja, brauchst du eh nicht in dem Anfang. Oh mein Gott, der ist da rein. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Nein. Aber ich hab die Kills, ich hab sechs Kills. War so klar, das hat der extra gemacht. Das war ein Bait. Die sind trotzdem gestorben. Nö. Doch, ich hab sechs Kills. Ich hab zwei Kills noch bekommen. Ja, dann war der gerade abgeschossen, aber du hast ihn nicht gekillt oder so? Doch, ich hab sechs Kills von denen. In der Falle. Aber nicht den vorletzten. Du hattest noch eine Falle, ne? Warte, warte, warte. Ich hab noch eine Falle. Oh, der kam da nicht mehr raus, deswegen ist er in der Falle gestorben. Der Typ, der dich erschossen hat, der ist nicht in der Falle gestorben. Ja, ich weiß, aber der ist gerade noch mal in meine Falle rein. Und ich hab noch eine Falle. Ja, du hast ja aber alle aufeinander gelebt. Nein, ich hab noch eine Falle, äh, an der Treppe. Hättest du gerade gestorben? Nein, 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 der letzte lebt noch. Aber vielleicht geht der noch in die Falle rein, komm. Ja? Oh mein Gott, neben dir die Falle, hallo? Ja, der ist tot! Sieben Kitzel!